herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute days after und ja mal schauen was ich da heute mache ich bin mal gespannt viel spaß ok da sind wir erst alle Sachen mitnehmen hier zack was haben wir hier ok was haben wir hier neue Quest effizierte Zombies 800 Schaden ok herstellen drei Keulen Töte Plünderer ok naja 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 den kann ich eigentlich direkt mitnehmen ne vielleicht brauche ich den ja ist Sachen fast kaputt auch schön oh was hat der oh Nege bis gleich ok gerade das Video angeschaut ich glaube ich muss die Sachen noch nicht antworten semi-guggen 3 4 das kann ich wahrscheinlich dann schauen wir mal wo und was und wie was ist gut was machen wir wer läuft noch drei stunden da war ich gestern drin gewesen zum chef könnte ich auch gehen ach warte mal genau ich habe eine idee noch mal zurück gehen wir holen uns ein mitarbeiter erst mal schaue ich mir jetzt zwei videos ab ich bin gleich wieder so wir werden das hier zu machen wir schnappen uns die münzen welche waren das das war glaube ich die hier ich weiß noch nicht was passiert wenn ich in einen ort reingehe und dann wieder weg gehen ist aber nur eine bestimmte zeit bei mir oder bei dem müsste ich ja schuhe kopf und hose mitnehmen schuhe kopf und hose schuhe kopf und hose ich habe nachkampfwaffe noch zwei stück und zwar fernkampf die fast kaputt sind das egal das hätte auf nachkampf gehen aber wenn er ja dann dabei ist ich bin gespannt wie das läuft mit so ein unterstützer, helfer, wie auch immer da ist die stadt und danach werde ich diese quest hier machen, supermarkt genau das werde ich machen so das erste mal dass ich mir jetzt hier ein dinges mitnehme ein dinges mitnehme okay Ok, muss ich die Sachen abgeben, Ruf und Gold, Tauschen von Waffen und Rüstungen. Da ist der Söldner. Gab es hier noch einen oder war es nur einer? Da oben ist noch so ein Kopf. Achso, der macht wieder was anderes. Da brauche ich den Stick für. Gut, dann nehmen wir mal den Söldner mit. Schau. 100. Ja, wie lange ist er bei mir jetzt? Volltier. So, wir gehen zum Supermarkt. Ich denke mal, da muss ich bestimmt wieder dreimal hinlaufen. Meistens ist es immer einmal durchlaufen. Die ganzen Leute da killen oder die alles killen, was da ist. Und dann muss ich noch zweimal looten, also hinfahren zum Looten. Ok, geht los. Ja. Das ging ja schon mal sehr gut bis lang. Stand da gerade, ich werde hier. Ich stehe hier um Ecke. Oh, was hat er nicht geschlagen? Wie ein dummer Taschler war schon. Nein. Schon wieder hier. Was futtern? Ich hätte mir Essen mitnehmen sollen. Ah, Hose kaputt. Hose kaputt. Ich wusste es doch. Alter macht mir Schaden trotzdem, obwohl ich... Ich bin wieder da, der Typ ist weg. Also wenn ich sterbe ist der Typ weg. So ein Mist. Mensch, jetzt ist der Typ weg. Jetzt habe ich 100. Gold müssen ausgegeben. Und er ist tot. Äh, er ist tot. Und er ist weg. Ich muss jetzt wieder vorsichtig spielen. Ich muss jetzt wieder vorsichtig spielen. So ein Mist. So ein Mist. Ich muss jetzt wieder Klamotten machen. Ich kann mich gut treffen. Du dumme Sauli! Ja. jetzt alles probieren ohne unterstützung ich muss hier zwölf Taschen öffnen. Eine, okay. Warte mal, dahinten war auch eine. Die zählt doch bestimmt auch mit dazu. Was ist das? alles ich nehm schon mal vorsicht aber 3 Holz mit weil meine Axt gleich kaputt ist dauer noch einer so kann ich jetzt weiterhauen kein Platz nicht kein Platz kein Problem das hat das auch als Taschen aber ist was oh doch das zählt auch als Taschen warte mal ja ein bisschen schneller laufend ein bisschen schneller laufend ja das brauche ich wahrscheinlich noch okidoki weiter geht's oh nein jetzt kommt fast bloßes was shit shit Shit. Oh, was ist das kaputtgegangen? Meine Jacke. Was am meisten Wustung gibt, ist kaputt. Schauen wir mal. Können wir denn eine Jacke herstellen? Das habe ich nicht. Das könnte ich, wenn das bestimmt auch hier unten näher... So ein Mist. Naja. Na ja, na ja. Gut. Okay, ich brauche jetzt drei Steine. Erstmal nochmal hier rein. Ach, mein Gott. Alles kaputt bei mir hier. Okay. Nummer vier. Jawoll. Jawoll. So, was würde ich denn da weglocken? Ja. So, was würde ich denn da weglocken? Ich könnte da weglocken. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Okay. Hier. Motor. Go. Jawoll. Oh. Oh. Is's. Das war gut. Wieder was futtern. Okay, er ist kaputt, kann nicht mehr. Gut. Reicht der Platz hier? Okay. Wenden. Spiegel. Jetzt kommt der Schnelle da rein. Hm, zwei Schüsse, tot ist er. Hier war noch einer irgendwo. Ah, da drin war. Oh, da ist ein Boss. Ein Boss. War doch kein Boss. Oh, da, ausrüstend. Nice. Die haben wir. Okay, der Keller ist frei. Ist gut, 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 gut. Ich hab keine Steine um des Dingens. Da war ja noch einer, hab ich gar nicht gesehen. Ah, der hat mich erwischt. Diese Sau. Habe ich voll erwischt. Schade. Entschuldigung. Ich möchte den da mit dem radioaktiven Zeugs zerstören. Ich möchte den da mit dem radioaktiven Zeugs zerstören. Der dahinter, dann kriege ich auch so. Zwei, okay, geschaffen. Soopie soopie Wow Das war schnell. Ich hab den einen Zombiboss gekillt. Oh nice, was ist denn hier alles drin? Boah, das ist ja mal richtig schön hier. Schlafenland. So, warte, ich werd das so machen. Ich nehm den mit und den mit. Was ist das hier? Minus 1,5. Okay. Kann ich vielleicht auch noch gebrauchen? Ich hol mal meine anderen beiden Taschen und pack sie alle hier oben rein. Was heißt meine Taschen? Auch schön. Erst was zur Post geschickt, damit ich es nicht vergesse. Machen wir nachher. Wir können ja jetzt schon mal anschauen. Ah ne, das Video ging direkt in der Tasche dann rein. So, ich hab leider... bald keine Oster mehr. Kopf bald kaputt und die Schuhe wieder kaputt. Die beiden sind hier. Und wir sind auch gelaufen. Die anderen Kisten holen. Schaff ich gar nicht alles. Schade. 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 Damit ich gleich mit das Pferd einmal rufen und da was reinpacken schonmal. Damit ich es nicht vergessen bevor ich sterbe. Schade. Entschuldige. Schade. Ach, was war alles? Ich hatte doch noch... Ich hatt doch 2 Kisten irgendwo gehabt. Da war die andere. Ne, die hab ich noch gar nicht aufgemacht. Naja auf jeden Fall weiß ich da wo der Boss war und da habe ich jetzt meines Sachen ingetan in den beiden Kisten. Dann muss ich noch den ein Zombie besiegen der dahinten steht und im Keller noch gehen. Ich glaube lieber in San Wald ich erstmal wird bestimmt was kaputt gehen bei mir und ich werde abgeben. Vielleicht kriege ich da noch welche. Was würde ich nicht mehr kriegen? Ich könnte alles davon kriegen. Einen Stein fehlt mir. Könnte ich eine Axt wieder machen. Das kriege ich bestimmt nicht mehr. Wieso? Gehen wir erst in den Keller oder? Wir besiegen erst den einen Zombie. 20. So wir probieren wieder den einen Zombie dahinten zu killen. 11. 20. 20. Da. 21. 22. 23. 21. 22. 21. Axt, Axt, da war Stein. Super, super. Ah, das muss ich erst mal, bei mir ist alles kaputt hier, das gibt es da nicht. Schuhe ist mir jetzt auch schon wieder kaputt. Hab ich nicht. Ich war gerade erschrocken, wer da ist, das ist ja mein Pferdchen. Komm! Ich, 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 äh, äh, so. Ich tausche alles raus. Ich brauche jetzt erstmal, jetzt brauche ich ja erst den Hammer. Tadaa. Ich räume ja jetzt erstmal die Sachen alle weg. Und werde jetzt per Auto gut, als auf einsammeln. Also das dauert ein bisschen. Ich mache schon einmal ein Kleinklack. Okay, ich war gerade hier am abfarmten. Ich habe eigentlich soweit alles abgefarmt. Und dann habe ich da noch einen kleinen Weg gesehen, wo eine Truhe drin ist. Da war noch ein Zombie. Dann muss ich hier zum Endboss gehen. Obwohl, ob das Endboss war, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da oben links steht da. Ich habe jetzt die Kiste schon mal leer gemacht, zum Lager gebracht. Und hier sind noch ein paar Sachen drinne. Die Nummer für ist aber auch. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Ich habe den nur gesehen und dann bin ich schnell weggerannt. Oh, da war sogar noch ein Zombie. Du bist hier truiert. Okay, warte mal. Okay, der war nicht ganz so stark. Aber trotzdem, wir haben über die Hälfte meines Lebens weggehauen. Oh, da ist noch eine Kiste. Schön. Das bin ich schon wieder voll, wahrscheinlich, oder? Ah, wisst ich doch. Mist. Was ist hier drinne? Eine Kiste fehlt aber dann noch. Ne, zwei. Also die sind wahrscheinlich im Keller. Also ich renne nochmal hin und zurück und wandere um die Kiste alle. Bis gleich. Okay. Jetzt habe ich hier oben alles leer gemacht. Jetzt gehe ich in den Keller. Da war ich einmal reingegangen damals. Damals, für lange Zeit. Bin ich hier durch. Da kamen gleich zwei Zombies. Sind auch schon wieder zwei da. Und die haben mich tot gehauen. Und dann habe ich es nicht mehr probiert. Weil ich meine, ich hätte dann auch gar keine Energie mehr, so wie jetzt. Ich kann normal nicht mehr hin und her laufen. So, weiter geht's. So, was geht schon los hier? Oh, falsche Knopf. Aber diesmal bin ich auch ein bisschen besser ausgerüstet als das letzte Mal, wo ich hier war. Ich brauche noch zwei Taschen, dann habe ich meine Quest fertig. Was für ein Zombie ist das dahinter? Oh, gut. Oh, gut. Okay. So, mit einer Pistole ist es schon viel leichter. Und die Taschenspiele, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Das ist eine Tasche hier am Anfang, wo ich auch was reinpacken kann. Ne, da ist der Ausgang. Da ist Kleber drin. Also die erste Tasche, wo ich Sachen reinpacken kann, ist hier. Was brauche ich denn erstmal nicht? Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Und das brauche ich nicht. Dann werden wir jetzt erstmal die anderen Sachen hier holen. Die dann auch da reinpacken. Oder erstmal mitlaufen, falls sie sterben sollte. Da habe ich gleich Sachen. Jawohl, das waren alle. Ich habe endlich mal alles hier geschafft. Gecleart. Ne, doch noch nicht. Da geht es noch weiter. Schade. Nice. Die Quest ist fertig. Warte mal, packen wir da oben wieder was rein, damit ich die Box da gut machen kann. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Essen brauche ich. So, machen wir die Box kaputt. Nehmen wir das in der Box und die Kiste da komplett. Naja, nicht komplett. Nur das eine Teil nochmal zurücklaufen. Habe ich ja keine Lust jetzt. Oh nein. Vielleicht passiert was. Das ist das. Da bin ich. Auf geht's. Nichts. ok so jetzt hoffe ich aber das wars ok ich muss die kiste hier wieder auffüllen oder da oben schöne Sachen sehr schöne Sachen dabei ok oben war die kiste voll super da muss ja noch zweimal hin und her laufen ich habe mein pferd nicht leer gemacht noch ich habe es vergessen da ist noch was drin super 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 was ist da drin und da schön gut dann würde ich mal sagen das wars für heute ich sammle noch alles hier ein und also es wird nichts mehr interessantes passieren nur noch einmal sagen alle looten zur basis laufen und dann wieder zurück laufen den rest looten dann wieder zur basis laufen na gut das ist ja mein dankeschön für das zuschauen ich würde mich freuen wir noch mal kurz zur basis ich nehme euch noch mal mit zur basis oder ach ne ist egal hat sich ja nichts geändert also und dankeschön für das zuschauen ich würde mich freuen wir dabei nicht sehr dabei sein bis dann habe ich euch viel spaß und auf Wiedersehen ciao ciao